Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit dem letzten Teil fürs Tagebuch für die erste Phase, beziehungsweise, ja wir machen es halt nochmal, erklärt euch gleich, wir müssten heute jetzt in die Stabi-Phase gehen, aber, ich habe mir ein Energy geholt, wir machen nochmal 21 Tage, ich habe auch bestellt, also nächstes Mal wird dann auch nicht Werbung stehen, weil selber gekauft, Prösterchen. Oh, darauf habe ich mich so gefreut. Wir machen jetzt wieder Ladetage, zwei Stück, aber ich gebe so Pizza zum Mittag und ich werde jetzt hier mein Gewicht sagen und werde euch ein paar Tipps geben und was bei mir schief gelaufen ist, werde ich alles aufnehmen. So und ich darf heute zum Frühstück Brauni essen. So, also mein Endgewicht ist 109,6. Ich habe mit 116,5 gestartet und bin jetzt bei 109,6. 109,6,9 Kilo. Scheiß, was auf die 100 Gramm. Sieben Kilo abbitten. Sieben Kilo abgenommen. Mein Umfang, Taille ist jetzt 111,5, war am Anfang 113,5. Gesäß war 113,7, ist jetzt 109,5. Oberschenkel war 65,6, jetzt 63,3. Also links. Und rechte Oberschenkel war 65,5 und jetzt 64,1. Das heißt, ich habe oben, also an der Taille, zwei Zentimeter abgenommen. Am Gesäß, also am Arsch, habe ich 4,2 Zentimeter abgenommen. Also ich sehe aber nichts davon. Also laut hier überall abgenommen, aber ich sehe nichts. Also ich selber persönlich sehe es nicht. Man sieht sich ja sowieso immer selbst. Na egal. Oberschenkel links war 65,6. Jetzt 63,3 minus 2,3 Zentimeter. Oberschenkel rechts 65,5. Jetzt 64,1. Wie gesagt, sind 1,4 Zentimeter verloren. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hatte hier eine Phase. Also ich habe abgenommen. Wie gesagt, 116,5, 114,4, 113,4, 112,8, 113,0, 111,8, 110,7, 110,3, 110,4, 111, 109,9, 109,9, 109,8, 109,6, 109,6, 110,8, 109,6, 109,3, 110,3, 110,3, 109,6. Also ich hatte ganz oft, dass es nicht gleich bleibt. Bei meiner Frau, eine Woche hat sich gar nichts geändert und dann auf einmal 2 Kilo mit Mal oder so was das war, wa? Ein Kilo. Ein Kilo. Mit Mal weg. Mein Fehler ist, das habe ich gestern und vorgestern schon analysiert mit meiner Frau. Ich habe am Anfang gut getrunken. Und das ist, was mir schwerfällt. Das Trinken. Ich bin am Anfang mit Mühe und Not auf die 3 Liter gekommen. Jetzt habe ich die 3 Liter höchstens geschafft, also nur geschafft, weil ich abends den Stream gemacht habe und da eine Pulle alle gemacht habe. Aber auch nur knapp. Also ich habe die nicht tagsüber geschafft, die 3 Liter. Das war mein Problem. Und ich habe einmal zwischendurch gesündigt und habe Brötchen gegessen. Und ich habe 2, 3 Mal gesündigt und habe abends so einen Streifen, also wirklich nur so lang und so hoch, also von einer Kaffelschokolade, also unten schwarz, oben weiß, einen Streifen gegessen im Stream. Einmal, nee, 2 Mal habe ich einen Apfel während des Streams gegessen, weil der Stream ging immer ziemlich lange. Und am meisten, das habe ich auch an meiner Skala gesehen, hat es an den Tagen gehangen, wo ich wirklich zu wenig getrunken habe. Also ich habe mit dem Trinken, habe ich arge Probleme. Ich komme nicht auf diese 3 Liter. Ja, also ganz, ganz schwer und auch nur, wenn meine Frau triezt und trängelt und sagt ihr, du musst. Dann komme ich auf meine 3 Liter. Ich habe das Wasser tagsüber ab und zu mit Geschmack getrunken, abends halt nicht. Abends so im Stream finde ich es besser, jetzt habe ich es gerade momentan besser gefunden, wenn ich normal getrunken habe, normales Wasser getrunken habe und nicht mit Sirup. Ich habe da von Vita Body Plus so einen Sirup, der ist auch Lock Carb und so, den darfst du während der Diätphase komplett trinken. Also nicht so pur, sondern im Wasser. Und dann mache ich auf einer 1,5 Liter Pulle so ein Schnapsglas rennen. Reicht dicker aus. Dann, wo ich Brötchen gegessen habe, da hat meine Frau Salat gegessen. Und ich hatte, wir waren vorher einkaufen, jeden Tag vorher und für die nächsten Tage. Und ich habe voll vergessen, für mich was mitzunehmen. Meine Frau hat ihren Salat gedacht, alle drum und dran. Und ich habe an die Große gedacht, also Brot, Wurst, Butter, also alles, was sie braucht für Schulstuhlen und so. Und habe mich komplett vergessen. Ich habe komplett, und irgendwann konnte, ich habe auch am Anfang Kohlrabi, Blumenkohl, Kohlrabi, Blumenkohl. Dann hatte ich noch Kohlrabi da, aber ich konnte kein Kohlrabi mehr sehen. Ich hatte so Abscheu davor, es geht nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das mit einer Kohldiät machen. Nicht, dass es nicht lecker ist, es ist lecker. Aber nach zwei Tagen Kohl hintereinander oder drei, also ich weiß nicht, wie die Leute mit einer Kohldiät das schaffen. Ich könnte das nicht. Jetzt hat meine Frau und ich wollten eigentlich 30 Tage durchziehen, aber meine Frau hat jetzt schon genug Süßigkeiten gekauft gehabt und leckere Sachen. Und hat gesagt, ich halte die 30 Tage nicht durch. Also wir wollten nicht 21, wir wollten 30 machen. Ich halte die 30 Tage nicht durch. Wir machen mit dem zweiten Mal die 30 Tage oder praktisch noch mehr als 30 Tage vielleicht. Und hängen da halt dran, was wir jetzt nicht gemacht haben. beziehungsweise wo wir jetzt noch Fischöl und so was alle an Kapseln haben. Ziehen wir dann noch durch. Der Fehler war, dass ich das sichtbar hingelegt habe wahrscheinlich. Das habe ich dir aber auch gesagt, dass das nicht so günstig ist. Ja. Meine Frau sagt gerade, der Fehler war, dass sie sichtbar hingepackt hat. Also sie hat die Süßigkeiten, die sie gekauft hat, jetzt über mehrere Tage hinweg, wo wir einkaufen waren, hat sie nicht in den Schrank gepackt, sondern es lag präsent, alles im Wohnzimmer auf dem Tisch. Ja, aber eine Woche lang und ich habe nicht zugegriffen. Eine Woche lang und ich habe nicht zugegriffen. Aber jetzt, jetzt musste sie und gestern waren wir mit meiner Mutter beim Orthopäden. Wir sind in der Zeit einkaufen gewesen und dann zu meinem Grafiker, sind wir noch zu Stefan gefahren. und da hat sie sich dann noch eine Nougat-Torte für heute geholt. Meine Frau Marzipan, die steht total auf Marzipan. Und da war auch die Letzte. Die hat auf mich gewartet. Dann kam sie raus, war happy. War super. Und wie gesagt, da habe ich Brötchen gegessen, weil ich habe auch Kohlrabi-Pommes gemacht, kann ich euch auch empfehlen, sind auch gut. Aber ich konnte Kohlrabi nicht mehr sehen. Es ist ein Blumenkohl schon ja auch nicht mehr. Da ist mir eine Galle hochgekommen. Salat habe ich dann gegessen am Anfang mit meiner Frau. Es ging nicht mehr, es ging nicht mehr. Also wirklich, der Salat, ich weiß nicht, wie meine Frau es runterkriegt. Und viele von euch auch, oh, er ist ja total lecker, Gurke, Tomate, Paprika. Kriegen die runter. Die hat hier so einen Salat gemacht mit Rucola drin. Tomatenstücken, Paprika und Gurke. Und ich habe das gegessen und das ist im Mund immer mehr geworden. Und dann nach dem dritten Hub oder vierten, so wie ich es runtergeschluckt habe, kam es hoch. Da habe ich noch schnell einen Kontershub genommen, damit das wieder runtergeschluckt wird. Das hat aber auch nicht lange geholfen. Und dann ist es gleich immer schneller hochgekommen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe es durch den Mixer. Schön mit dem Pürierstab, schönen Smoothie gemacht. Und dann war halt viel Flüssigkeit mit bei, was halt auch nicht so toll war. Der Geschmack war halt jetzt nicht wesentlich besser, aber man konnte es besser schlucken. Ja, aber dieser Geschmack und diese Gurke, Tomate, Paprika im Mund. Und der Rucola ja nicht, aber das ist ein Graus für mich. Ich esse das gekocht in der Suppe oder irgendwo drinnen. Kein Problem, überhaupt nicht. Aber roh kriegst du die Scheiße nicht runter. Das ist so widerlich. Und das war mein Fehler. Und da ist mir das erste Mal hochgekommen. Und da habe ich das erste Mal gesündigt. Weil ich konnte nicht mehr. Das ist einfach ekelhaft. Dann haben wir meine Frau und ich geguckt und haben bei Vital Body Plus mal so ein paar Rezepte durchprobiert. Wo wir auch ein paar gefunden haben, die war so jetzt nicht kannten, die echt lecker sind. Also wir haben diese, habe ich auch ein Kochvideo gemacht. Ich werde mal die Playliste von Vital Body Plus hier oben reinpacken. Da sind dann auch die Kochvideos drin. Da haben wir Hackfleisch mit Sauerkraut gemacht. Kann ich nicht mehr sehen. Kann meine Frau jetzt nicht mehr sehen. Ich schon. Also ich finde es lecker. Aber da gebe ich euch den Tipp. Wenn ihr das auch machen wollt. Wie sagt Kochvideo? Also hier oben will ich die Playlist drin packen und dann könnt ihr nachkochen. Holt nicht das Sauerkraut, das abgepackte in Tüten von Kaufland. Das ist viel, viel, viel zu sauer. Wir empfehlen, was wir jetzt mitgekriegt haben, also wenn man es wässert, wenn man es entsäuert, geht es ein bisschen. Aber der hat trotzdem, der Sauerkraut von Kaufland hat so einen komischen Eigengeschmack, oder? Und das Beste, was wir gefunden hatten, das war von Lidl, das war Sauerkraut abgepackt in so Tüten, also nicht im Glas, von Lidl. Das war toll. Das hat wirklich eine geile Geschmack gegeben mit dem Hackfleisch und so alle tipptopp. Also das war wirklich gut. Dann haben wir gemacht, habe ich auch ein Video darüber gemacht, die Hackfleisch-Gemüse. Die Hackfleisch-Gemüsetopf. Ich muss langsam essen, um auf mein Zeug zu kommen. Das war auch ziemlich lecker. Und ich habe mir auch Sachen rausgesucht. Kohlsuppe habe ich mir gemacht und diesmal auch mit Ingwer. Aber ich habe auch zwischendurch mal einfach nur so Kohlsuppe ohne Fleisch. War auch mein Fehler. Aber wir hatten keine Haktik mehr da. Und normalerweise musst du halt 350 und 150 Gramm Fleisch. Was ich auch gemacht hatte, was mir auch persönlich geschmeckt hatte, wo ich Kohlrabi noch sehen konnte, weil mir der Kohlrabi jetzt so hart geworden ist und immer wieder gleich und so. Ich habe mir Schrimps gemacht. Klingt jetzt für euch bestimmt total eklig. Ich habe mir Schrimps gemacht und habe zu den Schrimps in die Pfanne Kohlrabi gemacht. Die haben dieses gefrorene Schrimpswasser so ein bisschen aufgenommen und haben dann so ein bisschen fischig geschmeckt. Damit konnte ich den normalen Kohlrabi-Geschmack ein bisschen entschärfen. Und durch das Braten, also Wenden, die sind nicht braun geworden, also nicht viel braun geworden, in der Pfanne sind sie weicher geworden. Das war schon erträglich. Und ich habe mir auch schon Sachen rausgesucht. Das kann ich euch ja mal sagen. Für das nächste Mal, also wenn wir jetzt wieder 21 Tage machen, habe ich ein paar Sachen rausgefunden, die ich machen will. Ich habe mir dann überlegt, ich werde das so machen, ich werde genug Essen an Lebensmitteln kaufen, dass ich mir ein Essen für zwei Tage mache. Dann mache ich praktisch Sauerkraut mit Hackfleisch für zwei Tage, also Mittag und Abends. Und nächsten Tag nochmal. Und danach den Tag koche ich halt das nächste. Dadurch haben wir ein bisschen mehr, wenn wir nicht jeden Tag kochen müssen, haben wir so ein bisschen Luft, weil die Kleine momentan ein bisschen anstrengend ist. Ist zwar halt doof, dass es zwei Tage das gleiche gibt, aber so kriege ich dann locker sechs Tage hin. Am siebten Tag kann ich Kohlrabi, also da werde ich es nochmal versuchen mit Kohlrabi. Kohlrabi mit irgendeinem Fleisch oder Blumenkohl, aber Blumenkohl diesmal nicht so lange drin, weil der letzte war ziemlich wässrig, werde ich versuchen sowas nochmal zu essen. Und dann kann ich das praktisch von vorne anfangen und nochmal sechs Tage. Und so kriege ich dann wahrscheinlich die 30 Tage rum. Und ich habe mir überlegt, ich werde dann nach diesen sechs Tagen nicht nur so Kohlrabi, Blumenkohl, was ich ja sowieso esse, ich werde auch experimentieren oder zwischendurch experimentieren. Da kann man dann halt Sachen, die mir jetzt sowas sagen, oh cool, klingt ja interessant, kann ich dann zum Beispiel, wenn mal Luft ist und die Kleine nicht so anstrengend ist, mache ich jetzt für zwei Tage Sauerkraut mit Hackfleisch. Esst das einen Tag, am zweiten Tag werde ich es versuchen nicht zu essen und werde dann halt mir was machen, wenn die Kleine dann halt nicht so stressig ist. Ich werde dann was experimentieren, wenn es nicht schmeckt, weiß ich, ich habe noch Sauerkraut mit Hackfleisch da, was ich essen kann. Wenn es schmeckt, gut, dann habe ich das zum Essen, das werde ich dann aber nur für einen Tag machen, habe ich das für den Tag zum Essen und danach nochmal Sauerkraut. Und dann halt danach was, was ich sowieso esse, für zwei Tage kochen und dann wieder was neue testen. Weil ich bin damit, mit Essen bin ich wirklich echt kompliziert, sagt meine Frau auch. Also wie gesagt, die Hackfleischpfanne mit Gemüse. Das ist nicht Hackfleischgemüsetopf, das ist ein bisschen anders. Das will ich testen. Dann hier vegetarischer Gemüsetopf mit Sojaschnitzeln oder sowas, keine Ahnung. Klang interessant. Dann hier Weißkohlpfanne mit Tofu. Da müssen wir noch Tofu holen. Das fand ich auch interessant. Vom Bild her sah das sehr lecker aus. Das werde ich dann auf jeden Fall auch mal testen. Also das sieht vom Bild her sehr lecker aus. Ich habe alle Rezepte mal meiner Frau geschickt, was ich esse, damit ich das dann schneller wiederfinde. Dann Hackfleischpfanne mit Sauerkraut. Kohlsuppe mit Hackfleisch. Leckere Fischpfanne. Die fangen wir jetzt nicht so toll. Die war gar nicht mal so lecker. Die war gar nicht mal so lecker, sagt meine Frau. Also das hat auch so vom Namen her und von den Zutaten hat das echt lecker geklungen. Aber dann haben wir es gemacht und dann sagen wir mal so. Das Gemüse hat so sehr ausgewässert. Und dann das Fleisch noch und dann war es irgendwie eigentlich nur Gemüse mit ein bisschen Fischgeschmack und einer Flüssigkeit drin, was eine Mischung aus Gemüse und Fleisch war. Und Fisch, meine ich ja Fisch. Es war nicht so lecker. Also unser persönlicher Geschmack. Also vielleicht schmeckt euch das lecker, uns hat es nicht geschmeckt. Spitzkohleintopf. Den wollte ich auch mal testen. Da wollte ich mal was ganz Neues testen und das sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Und damit hoffe ich, dass ich dann die 30 Tage rumkriege. Meine Frau jammert heute schon rum. Wegen den lustigen Tagen. Sie hat sich die ganze Zeit darauf gefreut. Mir hat sie beim ersten Mal, wo wir, also praktisch wo die 21 Tage, die wir jetzt beendet haben, angefangen haben. Hat meine Frau mir noch Vorwürfe gemacht. Du brauchst 3000 Kilokalorien. Ja, weil da habe ich hier von den Brownies habe ich zwei Stück geschafft. Und ich war früh und ich war so voll. Und jetzt sie, sie hat zwei Muffins gegessen und ein bisschen Energie. Ich weiß nicht, wie ich die 3000 schaffen soll. Ja, aber mir Vorwürfe machen vorher. Weil in diesen 21 Tagen hat sich unser Magen natürlich auch verkleinert. Und wir können nicht mehr das Volumen zu uns nehmen, was wir vorher zu uns genommen haben. Was ich persönlich richtig geil finde, das ist schon mal ein positiver Wert davon. Also nicht nur, dass wir abgenommen haben. Auch, dass der Magen jetzt kleiner ist. Also man braucht nicht mehr so viel essen, um ein Sättigkeitsgefühl zu haben. Weil ich habe ja teilweise, habe ich ja zwei Teller voll damals gegessen. Große, gehäufte Teller. Teller und habe dann ein Sättigkeitsgefühl gehabt. Das ist jetzt nicht so. Also ich esse jetzt meine 500 Gramm und habe schon ein Sättigkeitsgefühl. Ja, und mir hat das auch nicht gestört mit dem Shake früh. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich habe mir den ein paar Tage mal mit Sojamilch gemacht. Weil es stand auch drin, dass man den mit Milch machen kann. Da stand nur Milch. Sojamilch ist Milch. Dachte ich. Mein Körper reagiert da ein bisschen komisch drauf. War eine schöne Schokosoyamilch. Sojamilch und dann halt den Schokopulver noch. War richtig geil vom Geschmack. Aber auch ohne Milch. Mit Wasser ist das geil. Also mit den Shakes habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Die sind wirklich lecker. Das, wie heißt das, was ich jetzt mit den Keksen habe? Cookie Duff. Was? Cookie Duff. Cookie Duff. Das habe ich jetzt. Das ist okay. Das schmeckt so ein bisschen nussig. Cookie schmeckt jetzt persönlich da nicht raus. Ich habe mir jetzt nochmal Schoko bestellt. Aber diesmal zweimal. Ich habe aber vom Cookie Duff noch was übrig. Das werde ich nach. Also wenn die beiden Schoko alle sind, werde ich Cookie Duff oder Cookie Duff zwischendurch mal nehmen. Ich hätte jetzt auch kein. Muss ich jetzt auch so wirklich sagen. Ich hätte auch kein Problem. Nach diesen 21 Tagen. Beziehungsweise was wir 30 machen. Und danach trinkst du das ja noch weiter, war? Nee. Nee. Danach ersetzt man den Shake durch ein normales Frühstück. Danach ersetzt man durch ein normales Frühstück. Und nach diesen, dann kommen nochmal 21 Tage, wie heißt denn die Phase? Stabilisations. Stabilisations. Stabilisationsphase. Und ich hätte auch kein Problem, wenn diese Stoffwechselkur komplett bei mir beendet ist, dass ich frühs nur einen Shake trinke. Der macht mich satt. Ohne Redoxol oder irgendwas. Einfach nur den Shake. Der macht mich richtig satt. Mit dem bin ich echt zufrieden. Der schmeckt auch lecker. Den kriegst du früh schnell. 300 Milliliter kriegst du frühs mal schnell runter. Das ist kein Problem. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich aber daran denke, dass ich danach wieder richtig Frühstück essen soll, bin ich nicht der Typ für. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde wahrscheinlich Intervallfasten machen. Also wenn das mit Vitae Body Plus komplett beendet ist, die Stoffwechselkur, werde ich Intervallfasten machen. Das ist im Prinzip das, was ich früher auch gemacht habe. Bloß halt nicht ganz so. Weil ich habe früher sowieso kein Frühstück gegessen. Mittag habe ich nicht gegessen. Ich habe dann halt was später gegessen. Ich habe dann so um, was weiß ich, um 15, 16 Uhr habe ich was gegessen. Dann zum Armbrot habe ich auch nicht wirklich was gegessen. Nur so ein bisschen was. Dann ein bisschen was, wenn die streamt hatte und dann wieder gar nichts bis zum nächsten Tag. Oder wo die Kleine denn da war, da habe ich dann halt nur Wochenende Mittag gegessen. Also zur Mittagszeit und Frühstück. Sonst habe ich halt kein Frühstück und Mittag ein bisschen was später gegessen. Weil Intervallfasten heißt, 8 Stunden kannst du essen, 16 Stunden nichts. Aber halt musst du auch aufpassen, was du isst. Und da hatte ich meine Wicht gehalten. Und weil ich ja sowieso nicht der Frühstückesser bin, habe ich gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine geile Idee, dass du auf deinen, weil jeder hat ja so einen natürlichen Rhythmus und dass du wieder auf deinen natürlichen Rhythmus kommst, mit dem du dich eigentlich gut zurecht findest und mit dem du gut zurecht kommst. Und deswegen werde ich danach und habe auch Videos angeguckt und so, das soll wohl ganz gut sein und entgiften und der Körper kommt dann zur Ruhe, wenn er nichts isst und sowas alles. Muss so und so vier Stunden mindestens sein und darf dann aber halt auch nicht ertrinken. Habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Ich habe dann vorher auch nur Sprudel mit Wasser getrunken oder gut mal einen Kaffee. Aber sonst nichts. Ich denke mal, das werde ich machen. Weil wenn ich jetzt hier nochmal, wenn ich jetzt hier gucke, wenn ich das jetzt auslasse, was meine Frau ja nicht gemacht hatte, bei ihr ist es ja besser gelaufen, wenn ich dann halt die Tage rausnehme, wo ich gesündigt habe und weiß ich nicht, hier nochmal sieben Kilo rund abnehme, dann bin ich bei 102 Kilo. Vielleicht schaffe ich ja auch die 10 Kilo oder meine Frau hat ja über 10 Kilo, die hat 11 oder 11,5 Kilo oder sowas in dem Dreh. Fast 12. Wenn ich die abnehme, dann bin ich bei 90. Also das ist ja natürlich, wird das ja ideal. Und das heißt ja nicht nur, dass du in diesen 21 beziehungsweise 30 Tagen abnimmst, weil wenn die Stabby-Phase kommt und du wieder normal isst und deinen Rhythmus hast, dann heißt ja auch nicht, dass du da gleich zunimmst. Ich habe ganz viel gelesen, weil VitaBodyPlus hat da eine gute Facebook-Seite, wo man sich austauschen kann mit gleichen Sinten und so. Du nimmst ja in dieser Stabby-Phase teilweise auch noch ein paar Kilo ab. Und wenn du das dann durchhältst und deinen Rhythmus und deinen Ernährungsstil geändert hast von Fast Food weg zu sowas, also gesünderes Essen, gleichmäßig Essen, nicht mega Portionen Essen, nimmst du ja auch noch weiterhin ab und hältst vor allen Dingen dein Gewicht. Also du hältst das Gewicht und dann machst du das halt später nochmal, nimmst wieder was ab und dann hältst du das Gewicht alleine durch die Umstellung. Und ich, aber ich komme mit dem, also Frühstück ist nicht meins, schon noch nie gewesen. Also seit der achten Klasse habe ich, oder vorher schon, habe ich Frühstück nicht mehr gegessen, habe ich nicht mehr reniert gekriegt. Das geht nicht. Ich habe ganz selten mal Frühstück gegessen mit meiner Tochter zusammen am Wochenende, klar. Aber da habe ich meistens dann auch noch einen Kaffee getrunken und meine Tochter hat dann Brötchen gefüttert und so. Aber ich bin halt nicht der Frühstücksesser. Seit Jahrzehnten nicht. Und ich komme, es ist nicht meins. Es ist nicht meins. Ich weiß, dass es ungesund ist. Man muss gleichmäßig essen. Das hat meine Frau auch gesagt. Ich habe es ja auch mit diesem gleichmäßigen Essen versucht, wie meine Frau gesagt hatte, bevor wir Vital Body Plus gemacht haben. Habe ich ja auch mit diesem gleichmäßigen, hat sie gesagt, du musst Frühstück, Mittag, Abendbrot und dann hatte ich hier so einen Tee. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Zitrone. Das war irgendein Koffeintee. Ich komme nicht auf den Namen. Sorry. Ich komme nicht auf den Namen und damit nimmst du dann auch nochmal ab. Und dann habe ich auch Müsli früh zu essen und so. Es hat ein bisschen was gebracht. In Spikilo hatte ich abgenommen über ein paar Wochen hinweg. Aber diese Zwingen. Du fühlst dich frühst gleich so scheiße, weil du dich selber zwingen musst, was zu essen. Und ich bin halt nicht der Typ, der frühst aufsteht, sich fertig macht und was isst. Das ist nicht meins. Das war noch nie meins. Und ich fühle mich dann einfach schlecht. Und ich fühle mich dann auch so. Also jetzt mit dem Shake, was wird anderes. Mit dem Shake, den trinkst du dann früh so beim Zurechtmachen, trinkst du den so nach und nach weg und dann ist das okay. Also eher auch mehr trinken. Aber so richtig frühs essen. Also wenn jetzt, da werde ich dann jetzt beim zweiten Mal, wenn wir es machen, werden jetzt nach den 21 Tagen, also nach den zwei Fresstagen geht es ja weiter. Ich weiß nicht. Da werde ich bestimmt Probleme kriegen. Frühst normal essen. Weil wir haben ja auch dann, ich darf ja dann trotzdem noch keine Kohlenhydrate und so nehmen nach den 21 beziehungsweise 30 Tagen. Da werde ich bestimmt Probleme kriegen. Frühst dann zu essen, weil es ist nicht meins. Ich komme, ich komme darauf nicht klar. Jetzt werden auch viele sagen, ja du musst frühst essen, ist es gesund und gleichmäßig. Ja, ich weiß das, aber es ist nicht meins. Ich kriege es nicht hin. Du zwingst dich, frühs zu essen. Und damit habe ich halt ein Riesenproblem. Wenn ich frühs dann aufstehe, dann die Kleine mit Frauchen zusammen fertig machen, dann vorbereiten für ein Video oder mit der Kleine spielen oder wir fahren einkaufen und danach dann und so. Und davor musst du essen und dann musst du dir Müsli rein zwingen oder irgendwas. Damit hat ich ein ganz großes Problem. Ich fühle mich dann richtig und weil ich mir das da rein zwinge, sitzt du dann da und du hast automatisch schlechte Laune. Weil du willst nichts essen, du musst aber was essen. Du hast automatisch schlechte Laune. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt danach dann abläuft. Und dann werde ich halt dieses Intervallfasten, werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich denke mal, nach dem Abschluss der Stoffwechselkur. Weil ich denke mal, mit dem Intervallfasten werde ich ganz gut fahren, weil damit komme ich auf meinen natürlichen Rhythmus. Mein vorläufiges Fazit zu Vital Body Plus ist, dass wir beide begeistert sind, meine Frau und ich. Wir haben Umfang abgenommen, wir haben Gewicht abgenommen. Meine Frau hat mehr Gewicht abgenommen. Umfang weiß ich jetzt nicht, hat sie mir nicht verraten. Also wie viel und wie viel sie da weniger hat, hat sie mir nicht verraten. Man selber sieht es, wie gesagt, nicht. Also ich stelle mich auf die Waage und ich sehe, ich bin weniger. Ich habe sieben Kilo abgenommen. Sieben Kommandot Kilo abgenommen oder sechs Kilo abgenommen. Ich sehe es auf der Waage. Ich gucke nach unten und sehe, ich habe abgenommen. Und gucke an mir runter und sehe, Bauch. Doch, denn einmal die Woche misst du und auch hier hast du weniger, da hast du weniger, hier hast du ein paar Zentimeter weniger. Aber weil man sich selber sieht, also darauf müsst ihr euch einstellen, wenn ihr das macht. Ihr erzielt Erfolge. Ihr erzielt gute Erfolge. Aber ihr selber seht es nicht. Das ist ganz normal. Das liegt im Auge des Betrachters, weil wenn jemand kommt, der dich nicht regelmäßig sieht, der sagt, Mensch, du hast ja abgenommen. Ich war bei Pflanzset, bei meinem Sponsor. Ja, der sagt, ey, du siehst ein paar Kilo leichter aus. Obenrum auf jeden Fall, wa? Und, also bauchmäßig. Die sehen das. Aber man selber, man guckt in den Spiegel und denkt sich, ey, ich habe abgenommen. Wo ist denn das hin? Ich sehe nichts. Also darauf müsst ihr euch einstellen, dass ihr selber die Erfolge nicht wirklich seht. Aber das liegt ganz normal im Auge, weil ihr seht euch jeden Tag. Guckt jeden Tag an euch runter, wenn ihr euch sauber macht. Oder im Spiegel, wenn ihr euch anzieht. Oder was weiß ich. Oder guckt, ey, mein läuft am Spiegel vorbei. Ihr seht euch jeden Tag. Da seht ihr das nicht. Wie gesagt, die 21 Tage Stoffwechselkur sind jetzt vorläufig so an sich beendet. Weil man darf, wir haben auch extra nachgelesen, ob das vielleicht schlimm wäre oder ob das überhaupt zulässig ist und ob das okay ist und so. Und da steht im Heft drin, man kann wirklich maximal zweimal hintereinander machen. Nach einem zweiten Mal muss dann aber diese Stabi-Phase kommen und danach könnte man rein theoretisch nochmal. Aber wir wollen jetzt, wissen wir noch nicht, ob wir das danach nochmal machen. Aber jetzt auf jeden Fall kommt erstmal die Fressphase jetzt, die Ladetage. Und dann gehen wir nochmal in die 21 Tage bzw. 30 Tage. Wir werden halt dann was länger machen. Und dann mal gucken, wie es läuft. Also da werde ich auf jeden Fall, werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten, wie es jetzt läuft mit meinem Plan mit dem Essen. Ob das alles so klappt, wie das denkt. Wie ich denke, dass es klappt. Ja. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Verfolgt einfach das Video oder abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Wie gesagt, ich nehme das jetzt in Angriff. Wir machen jetzt hier Futter. Und dann ist es auch so schön, endlich mal wieder richtig essen. Ich freue mich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf die Pizza freue. Heute Nachmittag. Ja und dann halte ich euch auf dem Laufenden, wie es läuft mit dem Essen. Auch mit den neuen Sachen. Wie gesagt, da werde ich dann wahrscheinlich auch wieder ein Kochvideo machen. Vor allen Dingen zu... Finden viele ja immer eklig. Na, ich will doch nicht das öffnen. Ich will das hier öffnen. Jetzt hat meine Frau geschrieben. Wenn es mir zu weit unten ist, muss ich wieder hochscrollen. Spitzkohleintopf. Den werde ich später machen. Als erstes will ich testen... Weißkohlfahner mit Tofu. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil viele sagen immer, Tofu. Und ich muss echt sagen, meine Frau hat selbst vor der Stoffwechselkurs schon mal Tofu gemacht. Weil wie gesagt, ist ja nicht der erste Versuch, wo wir beide abnehmen oder beziehungsweise ich abnehmen wollen. Sie musste damals noch nicht, weil ihr ist das halt durch die Schwangerschaft. Und ich muss echt sagen, so schlecht hat der Tofu, wenn man den vernünftig zubereitet, gar nicht geschmeckt. Und deswegen bin ich da einfach mal gespannt. Weißkohlfahner mit Tofu. Sieht auch sehr lecker aus, vom Bild her. Kohlsuppe, Hacklisch-Sauerkraut, Fischpfanne war jetzt nicht so. Und den Spitzkohleintopf. Da werde ich wahrscheinlich ohne mal ein Video zu machen. Die vegetarische Gemüsepfanne werde ich als zweites machen. Da werde ich bestimmt auch ein Video machen. Es sei denn, meine Frau kocht das. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie es dann läuft. Also ich denke mal ernst stark, wenn ich da keine Sojamilch trinke. Und ich mich wirklich zusammenreiße und arg zwinge, auf diese drei Liter zu kommen. Weil damit habe ich wirklich riesen Probleme. Ich bin nie so der große Trinker gewesen. Ich habe eine 1,5-Liter-Pulle an zwei Tagen getrunken. Ja, und das ist halt, da war ich dann gut. Da war ich dann sehr gut mit bei. Aber an einem Tag, und dann zwei davon. Aber das ist hart für mich. Und worauf man sich einstellen muss, wie ich jetzt, ich bin es ja nicht gewöhnt, so viel zu trinken. Du rennst ständig pissen. Du rennst ständig pissen. In der Nacht wirst du wach, auf Klo. Ja, du kannst nicht richtig durchschlafen, weil du dreimal die Nacht auf den Klo musst und so. Aber das ist jetzt nur meins, weil ich halt damit nicht umgehen kann, weil ich es nicht gewöhnt bin. Das war am Anfang, das ist dann halt was besser geworden. Dann ist es vorm Schlafen gehen und dann immer eine Nacht wach geworden vielleicht. Oder vielleicht habe ich es auch mal geschafft komplett. Das ist immer unterschiedlich gewesen, je nachdem wie die Tage waren. Aber am Anfang, die ersten paar Tage oder erste Woche, zwei Wochen, war total schlimm. War total schlimm. Also die erste Woche total extrem schlimm. Und dann hat es sich so ein bisschen eingepegelt. Also, aber das ist, naja. Das werden wir beim zweiten Mal jetzt bestimmt besser hinkriegen. Und ich muss mich echt zwingen, Wasser zu trinken. Ich muss mich dazu trinken, sehr viel Wasser zu trinken. Also mindestens diese drei Liter. Das ist ganz wichtig. Das steht auch hier im Plan drin, dass Wassertrinken sehr, sehr wichtig ist. Keine Kohlenhydrate zu mir nehmen. Das hat mich natürlich auch nochmal zurückgeworfen mit den Kohlenhydraten. Bin ich aber auch selber schuld dran. Muss ich auch so dazu sagen. Ich bin selber schuld. Wie gesagt, meine Frau hat das ohne zu sündigen, ohne rückfällig zu werden, hat knapp elf oder zwölf Kilo abgenommen. Ja, lass mal gucken. Jetzt nochmal und dann drückt mir die Daumen. So, das soll es aber jetzt auch gewesen sein. Ist sowieso schon ein bisschen lang geworden, das Video. Ich wollte gar nicht so lange machen. Wir machen jetzt hier die Fresstage. Vielleicht mache ich da morgen nochmal ein Video. Sag, was wir morgen zu essen. Also wie gesagt, heute Brownies. Energy. Ich habe ja noch ein paar Energies im Kühlschrank. Habe ja schon vorgekauft. Bei mir ist das gut. Ich habe sie nicht jeden Tag gesehen. Ich habe sie im Kühlschrank stehen. Das war gut. Dann sind sie aus den Augen, aus den Sinnen. Man sieht es halt nur, wenn man kurz mal reinguckt. Mittags wird es Superpizza geben. Also von Superpizza, so heißt der Laden, eine große Partypizza, so 60 mal 80. Da werden wir uns schön vollfressen. Da wird ohne genug übrig bleiben für abends. Morgen wollen wir Pommes machen und ich muss mal gucken, ob ich Nuggets im Kühlschrank habe. Wenn nicht, müssen wir noch Nuggets kaufen, weil die Pommes müssen raus. Ich brauche den Platz im Frierschrank für Hackfleisch und normales Fleisch und Schrimps für die nächste Phase. Also wenn es wieder dran losgeht, dass ich wirklich immer was da habe. Weil wie gesagt, das war auch noch ein Fehler von mir, dass ich teilweise was vergessen habe. Dann stand ich da, Frau hat ihren Salat machen können. Es ging nicht mehr. Ich habe den nicht runtergekriegt. Ich habe es auch versucht, aber ich kriege ihn nicht runter. Es geht nicht. Und da bin ich dann, wie gesagt, auch rückfällig geworden. Ich habe Brötchen essen. Aber sonst kriege ich ihn nicht runter. So, dann soll es das jetzt soweit gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wie gesagt, jetzt nochmal zwei Tage fressen. Dann wieder 21 bzw. 30 Tage. Und dann kommt die Stabiphase. Und da werde ich euch auch beibehalten. Ich habe mir auch nochmal gefragt, ob ich nochmal so ein Heft kriegen kann. Dass ich dann später, werde ich dann auch hier, ich kann euch das nochmal zeigen. Ihr müsst da Pause drücken, damit ihr das sehen könnt. Aber wartet, ich mache mal nur das, nur das, das ist hier das Gewicht. So, wie gesagt, bei Facebook werde ich sie auch teilen. Müsst ihr da jetzt einfach mal Pause drücken. Und hier ist der Umfang. Muss man das jetzt sehen. Auch einfach mal Pause drücken. Und ich habe gefragt, ob ich nochmal zwei so ein Heft haben kann. Weil ich will die dann aufheben. Als Erfolgserlebnis. Vielleicht auch nur die letzten beiden Seiten hier. Und die vorletzten Seiten hier, dass ich die dann einrahmen. Und nochmal ein Heft, dass ich nochmal praktisch alles neu anzeichnen kann. Und dann passt das. Und dann können wir nämlich, kann ich dann Fotos machen. Und die werde ich dann bei Facebook teilen. Dann kann ich dann auch eine Gruppe teilen vom ersten Mal, vom zweiten Mal. Jo. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden, definitiv. So, ich bin dann jetzt aber wirklich weg. Wie gesagt, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. 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 Bis zum nächsten Mal.